So könnt ihr mit dem Blackmagic Ultra Studio Recorder direkt etwas aufzeichnen, was live aus den Kameras kommt oder live aus der Regie. Wir brauchen das immer wieder im Ü-Wagen, wenn wir die besten Clips schon mal rausspeichern wollen. Als erstes müsst ihr mal die Software Blackmagic Desktop Video runterladen und dort geht ihr mal in das Setup rein für den Ultra Studio Recorder. Und dort schaut ihr erstmal nach, ob ihr den richtigen Eingang ausgewählt habt. Dort gibt es nämlich den SDI-Eingang und es gibt noch den HDMI-Eingang. Und wenn ihr den falschen ausgewählt habt, dann ist euer Bild schwarz. So, dann könnt ihr in Premiere mal reingehen. Hier geht ihr auf den Reiter Aufnehmen. Das Fenster mache ich mir ein bisschen größer. Und dort könnt ihr dann mal in die Einstellungen reingehen und das Gerät auswählen. Und jetzt könnt ihr bei dem Gerät noch mal ein bisschen genauer in die Settings reingehen, denn wenn das Bild schwarz ist, dann liegt es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit daran, dass ihr hier eine andere Framerate oder eine andere Videonorm ausgewählt habt. So, und jetzt seht ihr, taucht auch das richtige Bild auf. In dem Fall das Bild hier vom Ü-Wagen vor der Hütte. Und jetzt könnt ihr hier anfangen, eure Clips zu beschriften. Ja, viel Spaß damit. Ja, viel Spaß damit.